Seit dem 16. September 2016 sind die farbenfrohen Malereien der bulgarischen Katja Vassileva im Bürgerhaus Bennohaus ausgestellt. Sehr verehrte Damen und Herren, heute findet die offizielle Ausstellungsöffnung statt mit dem Titel Farbenzauber. Die Veranstaltung war zahlreich besucht und die Besucher konnten sich von den Malereien gut inspirieren lassen. Die Malereien von Katja Vassileva sind auch bis Mitte November im Bürgerhaus Bennohaus zu sehen und zum Verkauf freigegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017